Mit meiner Liebe, dass du Liebe für andere hast, dass du anderen vergeben kannst und so weiter. Und wir dürfen es zulassen, wenn wir das wollen. Und dafür brauchen wir übrigens kein Karten, nur das Gebet. Wir dürfen ihn einladen und sagen, ja, ich kann gerade nicht. Komm du mit deinem Licht in meine Schwierigkeiten, meine Probleme, füll du mich aus mit deinem Licht. Und er lässt sich sehr gerne einladen. Um uns zu füllen. Und manche sagen, ja, ich weiß nicht. Aber es kommt mir doch so vor, als ob man ein Gebet gegen die Decke knallt und Gott nicht hört. Gott ist ganz weit weg. Gott ist nicht weit weg. Wir haben es vorher gehört, er ist hier, mitten unter uns. Stellvertretend einfach mal hier die Tüte. Er ist hier, mitten unter uns und lässt sich sehr gerne einladen. Um uns mit seinem Licht zu füllen, sodass wir Lichter in dieser Welt sein können. Wenn er in uns leuchtet, sind es nicht mehr wir, die über uns abstrampen müssen und anstrengen müssen, sondern wir dürfen sagen, to do. Ich bin überfordert. Und es passieren zwei Dinge. Das erste ist, wir werden gefüllt und automatisch sind wir Licht. Automatismus. Und deswegen mache ich jetzt die letzte Nummer. Und da werde ich zwei Kollegen schicken.